Hey Dreadis was geht ab? Assalamu alaikum zu einem neuen Kochstream. Ich zeig euch gleich alles, was wir hier vorbereitet haben. Ja? Der wunderschöne, guck mal was für ein eleganter Mann. Echt? Ich bin sexy, Baby. Ich bin neidisch. Lecker, lecker, lecker. Ein Mann nichts vergeben. Ruf mich an, bitte. Nur 178. Ramadan Essen. Jetzt geht ab, Leute. Wir machen jetzt, wir machen, wir nehmen euch ein bisschen mit. Der wunderschöne Abdel ist, du hast wie viele Jahre Knast warst du? Von da hast du kochen gelernt, oder? Nein, das vom Kopf geschenkt. Von Gott hast du kochen. Hast du Kartoffelwasser gemacht? Das ist die Sache, hast du vergessen, Semi. Ich glaube heute, wir essen Ramadan 23 Uhr. Wir sind in Japan. Semi, jetzt anfangen zu kochen. Wann fangen wir zu kochen? Wir fangen an zu kochen, ja. Komm Abdel, zeig mal, was machen wir jetzt? Was hast du hier vorbereitet? Jetzt, Habibi, wir haben hier Hackefleisch. Siehst du, was machst du mit Hackefleisch? Komm, schau. Das Hackefleisch, ja? Ja. Machst du auf so, siehst du den einen? Aber Essen hat immer waschen, deine Hand. Genau, wo muss ich das Hände waschen? Du hast noch nicht gewaschen. Du hast doch keine Hände gewaschen. Du hast du, was hast du? Wolle, 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 wolle. Wolle, wolle. Wolle, wolle. Wolle, wolle. Zisoo das. Schau, jetzt. Komm, komm, komm. Ich hab schon, wie ich hab sie verstanden? Ich hab sie verstanden. Oh, ich schau, hab sie verstanden. Ich hab sie verstanden. Wolle, 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 das hier. Siehst du das? Machst du so, jetzt. Das ist richtig. Hier. Hier. Wasst du. So. Wasst du. So. So, hier. So. Nur ein bisschen, nichts wie Hummus. So. Danach jetzt. Noch mal so. Wo ist die Sars? Oben rechts. Sars. Oben rechts. Oben rechts, rechts, rechts. Ah, hier? Nein, nein, in der Zwischenmitte. Hier? Ja, die beiden. Die beiden Sars? Unten schwarz und weiß, ja. Diese? Alles klar. Egal, da hier. Noch mal so. Wie ist die Quali, Dredis? Ist Quali gut? Baby. Bisschen Oliven, äh, bisschen Schwarz. Siehst du, Baba? Ja. So, Pfefe? Danach, ja. Hier? Bisschen Oliven? Bisschen. Baby, so. Und, Abdi, macht man nie Hände waschen, oder? Nein, nicht waschen. Ich hab gewascht, Habibi, ist sauber. Wann hast du gewaschen? In Freiburg? Nein, gestern, ich hab Seifer gemacht. Gestern? Ja. Hier, Oliven. Schaust du, Sammy. Machst du diese Kana oder wie heißt? Raus. Wie heißt? Wie heißt du? Nein, ich weiß nicht, Sammy. Kana oder wie heißt? Wala, ich weiß nicht. Keh, keh. Wala, Sammy, ich weiß nicht, Habibi. Wala, lass das, Sammy, Habibi. Wala, Ramadan. Nächstes Mal bei mir passiert so, Habibi. Wann essen jetzt? Aber egal. Mit Sammy machte ich was. Kein Thema, Habibi. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Ata kaya rata. Kein Thema, Habibi. Nur Geduld. Tanzen, Sammy? Natürlich. Genießen, Baba. Ja, wir lieben nur einmal und wir sterben nur einmal. Wir sind nackt geboren und wir sterben nackt. So ich leben. Heute heiraten, morgen geschieden. Echt? Aber bitte, mit Zahn übergesst nichts. Die große Banane. Lecker, lecker. Ja, alles lecker. Bei mir immer, wenn ein Gast kommt, der macht ABC. Ja? Ja. Kannst du nochmal ABC machen für die Leute? Für die Leute? Mhm. Also. ABC. D. H. 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 K. Nein, ehrlich. Richtig. 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 A. B. C. D. H. K. M. Ja. Krass. Du bist krass. Ich habe nicht zugebracht. K. L. K. L. R. J. Siehst du? Ich habe dich überrascht. Von wo hast du gelernt? Ich habe nach dir schon ein bisschen Schuhe gemacht. Wallah. Ja. Ich muss wissen, dass es peinlich ist, wenn Abdul S. kein Alphabet. Das ist gut. Das ist gut gemacht. Also diese Semi hier. Ja. Schau jetzt. Diese. Wir nehmen einen Teller jetzt. Wir machen es so sauber. Schau es zu. Schau jetzt. Baby. Lernst du von mir, ja? Ja. Hier. Was machst du? Das Öl. Komm jetzt. Ah. Meine Hand. Das Öl Semi. Ja. Machst du so deine Hand mit ein bisschen Öl. Siehst du? Ja. So. Und dann anfangen. So. Siehst du? Also machst du jetzt so, wie heißt das? Ja. Kaaber. Eins. Schau so nachher was kommt. Muss ein bisschen kleiner. Zwei. Aber können wir das dann essen später? Warum? Ich frag. Okay, hier. Was kannst du essen? Warum meine Hand? Ich hab Seife gemacht oder was? Fünf gegen eins. Was redest du? Kannst du essen? Semi. Die Leute jeden Tag essen meine Hand zu Hause. Die wohnen Abdul S. koch bitte. Wie lange kochst du schon selber für dich? Seit ich bin in Europa, Semi. Seit wann bist du in Europa? Seit 46 Jahre. 46 Jahre schon? Ja. Wollah schon, Semi. Was denkst du, Semi? Du bist zu früh gekommen. Freiburg hier 76. Krass, 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 krass. Siehst du, Semi, ja? Siehst du, Baby? Eins, zwei, drei. Semi. Machst du oft mit Bällen so? Welche? Diese? Ja, ja. Das ist Vitamin, Semi. Die beste Essen. Krass, krass. Siehst du, schaust du. Ja, wie Abla. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Blumen. Was kochen wir ab? Hast du irgendwas, was wir, irgendein Rezept, was wir endgültig kochen? Ich habe alles in meinem Kopf. Nein, ich habe alles gemacht. Mein Plan, Habibi. Wie heißt das? Bei mir geht es schnell. Jetzt, wir machen Burek. Und wir machen Kifte. Dieser fertig. Siehst du? Hier, Kifte. Schaust du. Siehst du, Baba? Das Kifte. Das geht in Öl. Porno. Siehst du, Baba? Besser wie Sekes. Ich meine ernst. Also, diese erste fertig, Semi. Leute, ich sing euch dieses Lied. Wo alle hier, alle sagen, Abdel Es, dieses Lied hat komplette. Also, ich sing euch. Was, was, was. Ananas. Ananas. Machatikain. Spass. Taien. Nass, nass, nass. Ah, was, was, was. Ananas. Machatikain. Spass. Brauchstu. Was. Coca, coca. Eien. Hachisch, hachisch. Geras. Eiche, brauch. Neu. Idut. Spass. Co, 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 Corona. Große, hura, hura. Las, las. Meine, baby, baby, Madonna. Noch, das so. Her, her. Mara, 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 dona. Izzayna, zayna, ooma. Izzayna, zayna, noona. Viele, viele, dank. Oh! Fer, 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 diploma. Leca, 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 leca. Moe, Madonna. Eng. Eng. Ey. Ey. Ton, Berlin. Also, Sergi, jetzt. Jetzt, baby. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt kommt die Suppe. Die Suppe, jetzt? Ah, die Suppe. Wir haben keine Zeit. Wir machen nachher Buret. Okay. Jetzt Suppe. Hier, wir machen bisschen Olivenöl. Okay. Pässe kommt die Schmeck. Das ist die Suppe. Tack. Wo ist die Tomat? Hier ist Bibel. Ja, ich hab eine, ja. Das ist Bibel. Jetzt schneid ich. Bibel. Machst du keine. Das ist ein bisschen beschneidet. Tack. Die Worte vom Leben. Tack. Tack. Hier. Und wo hast du kochen gelernt? Im Knast? Richtig? Ja, genau. Das ist von wo, Sergi. Meine Mutter. Allein, allein. Allein ist alleine, Sergi. Ich kann alle kuchen. Ich weiß nicht von wo. Gott hat mich zu geschenken. So, Sergi. Und danach kommst du zu. Tack. 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 Dann kommst du hier. Tack. Dann kommst du zu. Und dann kommst du klein. Tack. 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 Das ist genug. Wir machen es so jetzt. Und jetzt hier. Welche Nummer, Sergi, Habibi, dieser? Der Hacker. Ein bisschen Hummus hier. Und dann. Und jetzt kommt dieser. Nichts mehr Nuss. Dieser, ich weiß nicht auf Deutsch wie heiß. Aber egal. Petersilie. Ja, Petersilie, ja. Nein, dieser Petersilie. Aber dieser, ich weiß nicht wie heiß Sergi. Die heißt auf Arabisch Kraft. Weißt du? Da kommt dieser. So ein bisschen. Passt du? Ja, ja, ja. Tomat ist da. Herr Risse ist da. Tack. Schliebe dich. Tomat. Schliebe dich. Schliebe dich. Herr Risse. Herr Risse. Herr Risse. Herr Risse. Herr Risse ich auch. Jetzt. Er ist da. Herr Risse. Herr Risse. Hi. Dann wir ein. Er war einfach hier. So. Herr Risse. Tila, Semi, du konzentration, ich hab ein bisschen Bord, was los mit Diamann? Was ist Klub noch? Klub? Semi, wie ist die Semi? Ladi, was los mit Diamann jetzt? Bitte, Semi, was darf nicht in Sofa? Na Semi, kommt keine Schnackte Essen, ich mein Bord, da? Du schtert mit Diamann. Ordi, was ist los? Frankfurt, du hast dich verstanden, was du mit Diamann? Hey, wie heißt das, wie du sagst noch? Klub noch. Schnur, schnur. Semi, lass mich kuchen jetzt, klub noch, klub noch, ja Semi, lass, gib mir ein Löffel. Große Löffel. Klub noch? Klub noch, klub noch, klub noch. Jetzt ist Semi. Mach die Kamera hier, Semi. Tomate, hier, schau Semi. Machst du nichts für Tomate, ha? Schau, so jetzt. Hier. Und Tomate noch auf die Semi. Da, so, siehst du. So. Klub. Warum machst du kein Knoblauch rein? Klub, ne? Nichts für mich, weiß ich. Kein Klub noch. Klub, jetzt ist Semi. Und das, was ist das? Das, das, das? Zwiebel. Wie, Knut? Zwiebel. Ja, Semi, siehst du. Siehst du jetzt? Mein Gott. Wow, 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 wow. Wow! So, jetzt, wir machen ein bisschen wasser, Semi. Okay. So, Evi. Jetzt, die wasser, ich dann. Siehst du, den einen? Ja, sieht lecker. Jetzt, was machst du? Machst du bisschen hummus. So, Semi. Tak, machst du diese. Hier, siehst du? Aha. So, bisschen. Schau, wir sind jetzt. Siehst du? Kron. Ja, Baby. Das ist super. Und jetzt, lass sie genießen. Danach, wir machen kein Super. Wir machen diese kleinen Nuten. Auch diese Super. Siehst du, hier, kleine Nuten. Macaroni. Was machst du jetzt? Hallo, hallo, mein nettes Publikum. Was machst du? Freuen mich, alle da und abdeles ich hier. Jetzt, wir machen Burek-Bereich. Das Oliven und das Petersilie. Und das nachher Kabba, hier. Kabba. Jeder weiß, dieser Kabba. Siehst du? Und danach, hier kommt Tumpisch und Ei. Und kommt Burek jetzt. Und weißt du, wie das in Deutsch heißt? Nein, Kabba. Hier steht's. Zahne, Moment. Siehst du, das ist die Franzose. Nachher siehst du, wie schmeckt es. Verstehst du? Ohne diese Essen nichts. Also, diese alle fertig sind. Mach mich bereit hier. So. Burek. Und ich zeig euch, Leute. Burek, wie kommt nachher? Wir schneiden diese Füsschen. Kleiner. Hier so. Klein, klein. Aber fallen. So. Schau. Und mit Tumpisch, ich zeig dir, wie machst du? Das kleine. Machst du eine Ecke. So. Das eine Ecke. Und jetzt kommt Tumpisch. Leute, sauber. Was macht Leute mit Tumpisch? Sauber mit Öl. Und alles. Und kommt hier, Leute. Hier Tumpisch. Und ich liebe dich. Papa. Ich liebe dich. Hey, Leute. So. Mach ich mal. Ich muss. Ich muss. Geht auch so. Siehst du? Zum Mund nachher im Burek kommt rein. Nix. Wasser. Dieser Wasser. Nix. Gut. Wir haben. Tut mir leid. Normal. Wir kaufen diese wie heißen. Tumpisch mit Öl. Aber wir haben diese mit Wasser. Also muss dieser Wasser weg. Schau. Jetzt. So. Siehst du? Was du riecht? Äh. Und du musst die Aya. Ja, Mann. Zwei Tage passen auf. Diese. Hier schaubs du jetzt. Schnellbar. Zeig mir. Scharf. Von Tunisia. Von Tunisia. Ja, lass das. Ich meine. Ja, sag. Mach ein bisschen Suppe. Ja, das ist wie heiß. Scharf. Fulfel Achmer. Ja. Fulfel Achmer. Ich schaubs sie heute. Silvester. Weißt du diese? Ja. Ja, das, was ich meine. Weißt du hier. Dieses nur Ding. Ja, hier. Das Fulfel Zee. Ui, ui, ui. Das Fulfel Scharf. Na ja, das kein Scharf Scharf. Fulfel Zee. Fulfel Lachmer. Yeharguo. Ja. Tehr is zu. Feier? Ine? Das ist Fult. Na ja, das ist Fult. Isto viel Sheauf? Ja? Isto viel Sheauf? Ja, habebe. Liebes so. Ja, habebe. Ja, habebe. Ja, habebe. Ja, habebe. Ja, habebe. La, ich hatte. Ja,構au. Das ist eine Scharf. Ja, habebe. Ich esse nachher. Esst du später? Wirklich? Schaffst du das? Wir probieren. Ich schaffe es. Ich habe probiert einmal. Schmeckt dieser, gefällt mir. Ja? Siehst du, zum nichts kleben. Machst du so, siehst du? Machst du viel filmen? Ja, musst du filmen. Wenn du das oben hast, dann klebe es so. Siehst du? Schau, wie es läuft. Schau, alle laufen. Siehst du? Jetzt machst du so. Genieß, schau jetzt. Wer? Such! Schau. Ist's... Die... 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 Susanna, dein Sohn hat kein Eier, kein Bananen. Frag deine Mama, was bedeutet eine Nacht mit Afrikanern? Meine Sohn, die hat ein Eier und Bananen. Kannst du sagen, deine Papa ist Afrikaner, Sinigaler, Gambianer, Nigerianer oder Nordafrikaner. Susanna, dein Sohn hat kein Eier, kein Bananen. Das neue Lied, so. Krass, krass. Damit kannst du zu Eiken gehen. Kennst du Eiken? Nein. Wisch Eiken, diese Komödie? Nein, das ist so Musikshow. Für geistig eingeschränkte, das ist eine gute Musikshow. Hier, Leute, mit Zitronen, Foto schneiden, immer so. So mehr Wasser raus, so. So, und dann hier. So, und ich sag euch, wo kommt's. So. So, Baby. So. So, Baby. Yo, Baby. Maschallah. Oh. Sexy man oder nicht? Was sagt ihr, Reris? Ist gut oder? Nein, das ist klar. Das ist fertig. Unser Tisch hier. Yo, Baby. Unser Tisch. Genau. Warte. Ja, nochmal. Sexy Tisch. Das ist richtig. Sini. Sitze schön, sitze schön. Wo sitze? Sitze schön, sitze da. Das ist Ramadan. Die Essen geht weiter kochen jetzt. Also, dieser hier nicht verbrannt. Hier unser Super. Siehst du den einen? Ja. Schaust du? Da. Dann hier machst du nur zweimal. Hier. Eins. Es war in der Kalender. Und dann einmal berühren. Und dann in zehn Minuten. Die Suppe ist richtig. Oh. Schaust. Siehst du? Ja, das ist abkühlt. Wir brauchen diese. Wir brauchen diese groß. Oh. 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 Nee, komm mal. Oh. Kartoffeln. Lachen Sie, Sammy. Kartoffeln. Warum lachen Sie? Oh. Warm. Wie. Oh. Nee, komm mal. Warm, Sammy. Hat nichts mit lachen, Sammy. Habibi. Oh. Zibbi. Stress heute pur. Normal Ramadan. Bei mir ist es. 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 20 Minuten. Bei mir ist es. Bei mir ist es. Tack, tack, tack. Wo bei mir ist es. Bei mir ist es. Bei mir ist es. Ja, Zibbi. Oh. Nee, komm mal. Machst du das? Machst du das? Ja, Baby. Bei mir ist es in Frankfurt. Was machst du in Frankfurt? Bei mir ist es. Bei mir ist es. Was machst du bei mir? Ich koche Ramadan. Jo, Madame. Was ist das? Mikrofon. Jo, Baby. Jo, Baby. Pack. Jo, Baby. Jo, Baby. So. Nee, komm mal. Ja, die sind. Ja, die sind. Also, Leute. Wir machen jetzt Burék. Das Türkisch. Nichts tunesisch. Warum hier in Deutschland. Die kauft nichts tunesischer Burék. Wir nehmen diese Turkan. Burék. Ich begrüße alle Turkan. Kannst du türkisch sprechen? Wallah nein. Bittu mit Lait. Wallah hat ihn kein Wort. Nur assalamualaikum. Welche Sprache sagst du noch? Franzolisch, Italienisch, Arabisch, bisschen Englisch, how are you? Very much, very good. So, so, ich kenne. Wir haben heute auch Englisch, du nicht, ja? Und du, Sammy, bitte. Die Leute, die warten woher, komm? Ja, die wollen vorher. Ja, hast du diese auf oder nicht, Sammy? Ja, es auch. Dieser? Ja, oben links. Dieser? Ja. Alles klar. Das, Sammy, jetzt. Danke Gott, wir haben zwei Stück geblieben. Hey, Leute. Ich weiß, was ich mache hier. Ich mache hier, Sam. Ich muss verstehe, schau. Geht schnell, jetzt. Seh, Sammy, wann geht es jetzt nicht? Wallah, ich sterbe nicht. Schau, was passiert. Warum? Ich habe gesagt, geht nicht. Schau. Zack, machst du die Gelbe hier, ja? Die beiden alle hier, ja? Nochmal. Siehst du, dann noch ein kleiner, ja? Und machst du den Platz. Nur das, ja? Bisschen Petersilie. Bisschen Tumpfisch. Nochmal Petersilie. Bisschen Oliven. Wo ist die Sanis? Bisschen Sanis. Jetzt, wann kommt nicht die Sterbe? Bisschen Tumpfisch. Jetzt,ですねmi. Ja? Tuck. Tuck. Ja? Eins. Zwei. Drei. Und dann. Tschüss, yes, yes. Beautiful. Und alhamdulillah. Und alhamdulillah. Das war mir egal, dass die Aya Gross, Samy. Wo ist die Zinni? Bisschen, zwei. Also die Zinni? Direkts. Bisschen. Zinni? Bisschen. Bisschen. Bisschen auch, Alexander. Aber hier ist das Bisschen. Hahah. Bisschenny Dzie. Bisschen, ja? ... Dieser Tak Tak Dieser von soupa bleibt da, macht nichts Harz Hussaini hier und dann fertig jetzt Tak Bismillah Tak 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 Oh Ich kann gut kochen und ich kann gut bumsen und ich kann gut Ich kann gut Ich kann gut Ich kann gut Ich bin gespannt, wie dein Essen schmeckt Ich muss normalerweise rauchen direkt Ja, ich rauche, ich habe dabei Was redest du? Ich kann nur gucken, überlebe ich diese Essen oder nicht? Ich sage ehrliche Meinung Was redest du? Was redest du? Semi, ich meine Tänze Was redest du? Ich habe es nicht Was redest du? Aber ich kann mein Essen Ich habe es normalerweise Koffe oder was Mein Essen macht niemand Wann, Semi Du musst richtig dabei, so, und dieses Fleisch schaust du hier, was geht so, ha, ha, probier so, ich wöre, probier, und hier, Baby, wann machst du so, regen jetzt, und hier, was geht so, ha, probier diese, mit Citron, probier, jetzt, und ich habe schnell, wie macht, zuke, 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 schaust du, fernf, zahra, 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 kabbar, olivan, katofer, salas, aia, schiebaz, bier, schmackt, baby? Ich bin die beste Koch, wer will, ruf mich an, ich komm, eine Nacht zum Kochen, 1300. Scharf bisschen, ne? Ja. Ja, ist süß, Semmy, du weißt du nicht, der Tunisier, das süß, kein scharf. Wallah, sieh auf deine Augen. Abdel will gleich Hotchip essen, musst du probieren? Ja. Wallah, ich begin, ja, ich probiere. Probieren wir. Wie sieht aus mit Frauen, Abdel. Momentan, nein. Inspiriert ein bisschen, wir essen? Ja, momentan, mit Frauen. Ramadan, ich kann nichts machen, aber die Frau liebt mich viel, jetzt Semmy, ja? Wallah, alle schreiben, alle, früher, weißt du, junge Frau. Jetzt 28, 30, die Sache geht hoch, andere Bundesliga jetzt. Boah, alle lieben Abdel, ich lieb euch und ich lieb die Käfte auch. Nach dem Essen gehen wir schnell draußen, ich und du. Wer? Einer, nimm euch und du, Foto, Semmy. Willst du einen dort haben? Ich muss gelieben. Ja, schon da. Du weißt, Semmy, du rauchst du nicht und zu Hause sowieso, wir haben gerade, du rauchst du nicht, also ich rauch, Wallah, Semmy. Hier, meiner, wo ist meine Jacke? Ich habe gehört, ein bisschen Gras, ein bisschen Haschisch, die Gelb und ein bisschen Haschisch, die Schwarz. Alles ist da. Nur Spaß, nur Spaß, nur Spaß, nur Spaß. Nur Spaß, immer viel Humor, der Abdel es. Krass. Krass. Du willst nicht bald heiraten. Du bist schon über 18, oder? Ich gehe heiraten in Tunesien, inshallah. Ja? Wollah, Semmy. Wer bist du jetzt, Abdel es für die Leute, die in die? 56. 56. 56? Ja. Bismillah. Bismillah. Krass. Schmeckt, Jumen. So ist lebe. Saluti. Trinken Pessin, Bayram. So ist lebe. Ayram. Bayram. Wie schmeckt das super? Doch, doch, aber schaff. Wunder. Das Honig, das ist schwer. Wie ist das, Hermin? Wenn du sagst, du sagst, du hast eine Mutter auf den Tunisier, die lachen. Wollah, kein Scharf, wie bei dir. Machst du so, aber das gar nichts. Das Schwitzen tut gut, weißt du? Diese alle. Wollah, viele Sachen wecken, wenn das Scharf. Weißt du, die Krankheit viel wecken. Wollah, du musst so, es ist, Hermin, nichts mehr wie du. Ja? Ja? Wollah. Hof an du zu. Ja? Ja? Machst du, wie die Leute, die hatten nie gebummst und wenn du was essen warst, macht du schwäh, schwäh, schwäh. Hol' mir hier raus, warte. Mache ich bin ein Star, hol' mir hier raus. Ja? Am du echt, du bist Star geworden. Wollah. Wollah. Ich habe nichts gewusst. Was war die älteste Frau mit der Basate? Älteste Frau? Die älteste. Älteste? Ja, von Kazakstan ja. Von Kazakstan? 81 Kjari ja. Wallah. 81? Ja. Kazakstan. Wallah Kazakstan ja. Vorat, vorat. Wallah, ich gut, ich nette Frau. Wallah, sie lass mir nicht, ich bewegen gar nix. Ich mach solche Frau. Sie sagt, setz da, Abdelaz, mach gar nix. Verstehst du, Samy? Bei jungen Frau, du musst alles machen. Bei alte Frau, setz da. Mach so, Augen zu. Beweg nicht, Schatz. Nein, kann ich, beweg nicht. Ja, Samy hat recht, Leute. Weil wer eine macht, Ramadan macht komplett. Darf nichts reden. Er wegen Frau, er wegen Mushi, er wegen gar nix. Er hat recht. Er hat recht. Und dann hast du perfekt Ramadan. Oder dein Ramadan umsonst. Lass, ich schätze. Aber das ist ja eine andere Duart. Er ist ja noch ein paar Jahre lang. Manche, wie wird dir das ist ja? Und dann bist du jetzt falsch polarisiert? Das ist ja alles. Die Frau, du musst dir. Ok. Sieg du das Registrier? Ich habe dich. Dürf nicht. Mog dir das Registrier. Ja, die Zurufe. Ich habe eine andere Duart-G believers. Er hat auch. Das ist ja alle. Ich habe das Registrier. Ich habe das Registrier. Ich habe das Registrier. Ja, komm. Nein, nie. Ich habe das Registrier, Ich weiß nicht, was ich bin gekommen bei dir. Tolga. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du nicht bei dir bist. Chico, Chico. Chico. Ich weiß nicht. Chico, ja. Ja, ja, ja. Warum ist mein Kollege Chico da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Chico, ja. Kennst du Chico mein Chico? Ja, mein Baby. Das ist hier. Stimmt, ja. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ein Schiff. Ja. Guck mal, es ist hier. Willst du diese? Wie heißt diese? Kannst du lesen? RIP. RIP. Echt nur mit Buchstaben. R, I, F, B, B. Weißt du? B. B oder B. Ist egal. Eins von beiden auf jeden Fall. Ich mach so ein Buch vor. Das ist ein Schicke nachher. Ja. Bis dahin geht noch. CNC quiули. So einfach. Da ist ein Schiff. Wir lassen eine Schiff. Aber ich mache einen Schiff. Ja. Echt. Kach so. Seht ihr das gut? Ja, ich le holds, ja. Siehacy, pot suprem. Das ist hart. Es ist hart. Es ist hart. Nein, nein. ja bitte sehr gut die kameras jetzt was das und hantschuh hast du genau noch das bedeutet hantschuh das bedeutet langsam ich will nämlich alles geben alles zu viel zu viel kurva gelöse nicht wir sind hier das reicht ja tragisch deine eigene Verantwortung nein es schafft du bist zu meinem Freund ich habe dich gekocht, Ramadan, alles guck mal Moduzzi war gestern bei mir der hat Hälfte gegessen deine Verantwortung das bedeutet ich bin Schwule komm her ich bin Tunis deine Verantwortung wir haben meine Verantwortung wir haben wir haben wir haben wir haben was das was das was das 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 wauw 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 ooooo wauw 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 na in Ah, das ist kein Scharf. Nein, Sammy. Nein, das krieg ich nachher. Nein. Oh, jetzt geht hoch, jetzt geht hoch. Warum hast du noch einmal genommen? Jetzt geht hoch. Warum hast du noch einmal genommen? Oh, nein. Wenn du essen, dann macht gar nichts. Aber jetzt kommt es. Ah, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Mein Mund jetzt wie Musi, alte Frau, neun zig Jahre. Oh, mein Gott. Ich muss auf den Spiel. Oh, wie passt das? Er wollte das zweite Stück. Ich habe mir nur ein Stückchen gegeben, ein kleines. Und Musi hat mehr gegessen. Nein, nein, nein. Das ist hart, oder? Zu viel, zu viel. Ich habe auch noch etwas gegessen. Ja, wir machen langsam langsam. Oh. Ah. Oh, boh, 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 boh. Ah. Es ist scharf, oder? Oh, wo ist der Tempo? Wo ist der Tempo? Na, Tempo. Wie? Oh, es ist mit Tempo. Oh, ho, 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 hier. Oh, ho, 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 ho. Ah. Spaß oder was? Es ist schade, nicht schade. Gato, oder nicht? Was? Es ist wie Kuchen, oder nicht? Wo ist dieser Schalb? Ja. Ich mach's toll. Sag's raus, Sammy, was hat mir gegeben jetzt? Leute, tut mir leid. Ich hab gar nichts gegeben. Ja, ja, bitte, bring mir, Sammy, bring. Leute, ohne Spaß. Ich bin bei Sammy hier und Sammy hat mir Kurpa verletzt. Schau, was hat mir gegeben. Schau. Lachstu, mein Kod. Schau, nur kleinere Stück von Steize. Mein Kod, Wallah, loiter. Hat mir kefigget. Lachstu, machzisch was. Nein. Moodood, sieh, ich mach naisch. Isto. Moodood, sieh, mein Abro. Okay, okay. Moodood, sieh, noch jung und fiet und moodood, sieh, basandr. Tam war abd-rieg, esal dem man unkapput. Habibi, Wallah, hat mir kefigget, sindi, Baru. Wallah, hat mir kefigget. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Schau. Scharf, mein Gott, verdammte Pflege, Scharf, Leute. Mach mal mit deinen Fingern so noch mal ein. Nein, jetzt geht's wirklich langsam. Dieser Scharf nix bei uns. Bei uns, wenn du esst, scharf, gib dir hier Scharf. Direkt. Aber diese, du essen, sagst du, aber schau mal in die Bühne jetzt. Siehst du, oder rot? Wie Botox, das ist. Geil, geil. Kiffiges, oder sehr. Krass, dass er aber durchgezogen hat, oder? Du sollst deine Hände waschen, ist besser. Ja, ich wasche meinen Hals. Mach, mach. Sauber besser. Nein, bitte, ich will waschen. Schau, diese Stuhl lieber, geh bitte mal in den Hals. Wohle, er hat durchgezogen, Dreis, gell. Ich hätte das niemals gedacht. Der Bubbles, der macht das nicht, aber er hat's gemacht. Was ist das? Scharf, hier, Sebi, Halim. Komm, Sie sind schön, Sie sind schön. Wollah, Halim, Sebi, Scharf, Scharf. Oh, oh, oh. Denn jetzt ist R.I.B. Woh, 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 Scharf, ohne Spaß. Und ich habe mein Gesicht gewaschen, ohne meine Hand waschen. Jetzt ist mein Gesicht komplett wie heiß verbrannt. Och, ich schwöre. Was macht mit dieser? Macht Dreck hoch. Was macht Dreck? Bakterien, alles. Dieser macht Magen raus, macht Herd, es macht alles. Sorry, Habibitz. Das war meine Rache für das Essen. Ohne, ich habe so Hunger. Ich habe den ganzen Tag gefastet. Nein, niemand kann es schaffen. Woll mal. Hast du recht, fasst du nichts in mein Gesicht? Ich habe gefasst. Hast du dein Gesicht gefasst? Ja, jetzt alles wie heiß. Brennt das? Ja, brennt. Von wo weißt du das? Das ist normal, darum hand du. Oh, mein Gesicht komplett verbrannt jetzt. Aber geht, oder? Es geht, es geht. Ist nicht rot. Mach den zu. Warte. Ohne krass, aber wie das geht. Ohne krass, lassst du das überhaupt gegessen? Jetzt hier scharf. Ist scharf? Und jetzt hier. Und hier. Ohne krass, mach dich. Ist nicht schlimm. Oh, mach dieser, wie heiß? Ohne wiss, mach wieder in deine Zunge. Das, das, jetzt. Ohne krass, du gibst mir 500.000 jetzt. Nein, Sammy, Habibi. Wenn einer hat seine Frau, gib diese. Oder einer hat Stress mit, einer gib diese Essen. Ja, natürlich. Ohne Schlager. Gar nichts, Korba verlassen brauchst du nicht. Das ist schon Korba verlassen. Und stell dir mal vor, du isst Ganze. Ganze Katastrophe, gell? Was bedeutet? Alles. Was dieser Päscher bietet, ne? Die sieht sehr schön aus. Sehr gut aus. Mascha Allah abgeessen. 7, 5 Jahre. Also er ist sehr lecker gekocht. Chat, wie findet ihr sein Essen, wie er es gekocht hat? Also ich würde sagen, von 1 bis 10 würde ich Ihnen eine 11 geben. Für das Essen, was er gekocht hat. Zwar sehr lecker. Geräusche. 4, 4, 5. 5, 6. 5, 6. 7, 7, 8. 8, 9, 10.